So, guten Abend. Ich werde mit Ihnen versuchen, die Perspektive der Kinder jetzt einzunehmen bezüglich Trennung und Scheidung. Wir werden schauen, wo uns das heute Abend hinführt. Ich möchte Ihnen zuerst die Familie Heinzel vorstellen. Monika und Urs Heinzel sind seit zwölf Jahren verheiratet und haben die gemeinsamen Kinder, wie Sie sehen, Anna und Alex. Gestartet sind sie, wie viele Paare, in großer Liebe, doch seit einigen Jahren kriselt es in der Beziehung. Das Reden und sich austauschen wird immer schwieriger und endet zunehmend in kleineren und dann auch in größeren Auseinandersetzungen. Beide haben das Gefühl, sich irgendwie auseinander entwickelt zu haben, nicht mehr zueinander zu passen. Das Zusammenleben wird für beide letztendlich zu einer zu großen Belastung und sie beschließen, sich zu trennen. Gemeinsam sagen sie es ihren Kindern. Zu ihrer großen Verwunderung sind Alex und Anna nicht wirklich überrascht über die Trennungsabsicht ihrer Eltern. Die beiden haben von den Auseinandersetzungen von Vater und Mutter viel mehr mitbekommen, als die Eltern eigentlich gedacht haben. Die Kinder sind traurig, dass die Eltern keine andere Lösung als die Trennung sehen. Monika und Urs wollen es den Kindern nicht noch schwerer machen, als sie schon ist und entschließen sich bei einer Beratungsstelle Hilfe zu holen, wie sie das jetzt alles regeln sollen mit der Trennung. Die Familie Heinzel wird uns nachher noch mal begegnen, wenn wir uns die Situation aus Sicht der Kinder anschauen. Bevor ich nun aber mit Ihnen darüber sprechen möchte, wie wir Menschen das regeln, möchte ich einen kleinen Einblick geben, wie eigentlich Tiere Partnerschaft und Kindererziehung handhaben. Sie sehen hier ganz verschiedene Tiere. Fangen wir doch an mit der Prärimaus. Die Prärimaus ist ein Ausbund an ehelicher Treue. Wenn sich zwei gefunden haben, machen die 24 Stunden ein wildes Liebesspiel und bleiben dann für immer zusammen. Sie ziehen die Kinder zusammen auf und selbst wenn ein Partner stirbt, bleibt der andere dann allein. Er vermählt sich nicht mehr. Etwas anders macht der Schimpanse. Die Schimpansen-Babys werden drei Jahre gestillt. Bis dort hat sich der Papa schon lange aus dem Staub gemacht. Nach wenigen Wochen will er eigentlich mit der Kinderbetreuung nichts mehr zu tun haben. Entsprechend lang hängen die Babys dann an ihren Müttern, bis zu acht Jahren. Wieder anders macht es hier der große Otter. Der spannt die älteren Geschwister zur Erziehung ein. Wenn die Mutter auf Suche geht, nach Beute, müssen die Großen auf die Kleinen aufpassen. Wieder anders macht es der Albatross. Der Wanderalbatross geht auch eine Beziehung ein, die lebenslang hält. Die Tiere werden 60 Jahre alt, sind aber viele Tausende von Kilometern getrennt unterwegs. Die führen eine Fernbeziehung. Alle paar Jahre treffen sie sich auf einer Insel, sie legt ein Ei, dann brüten sie es aus, zum zehn Monate die kleine Brut aufziehen, das ist sehr anstrengend, dann trennen sie sich wieder für ein paar Jahre, um sich irgendwann wieder zu treffen. Und in der Zeit sind sie einander treu. Genauso treu ist der Schwan. Eine Liebesbeziehung geht ja nur einmal ein. Getrennt wird sich dann nicht mehr. Das Seepferdchenmännchen hat es nicht so ganz einfach. Der wird nämlich von mehreren Weibchen, er hat so eine Bruttasche, die legen dann die ganzen Eier bei ihm rein und dann gehen sie weg. Er darf die dann ausbrüten und die zwei bis dreihundert Seepferdchen dann nachher nicht beaufsichtigen, das würde sogar ihn überfordern. Und dieser Geselle, der Emo, der hier ein bisschen pikiert aus der Wäsche guckt, der hat auch seinen Grund, weil der hat ein Gemeinschaftsnest zu betreuen. Da legen ein paar Weibchen die Eier rein und gehen dann und er muss sie ausbrüten. Entsprechend schaut er auch aus der Wäsche. Diese zwei Gesellen sind auch ganz besonders, die Erdmännchen, die teilen sich alles. Die teilen sich die Kindererziehung, die Wache schieben, das Futter holen und passen sogar auf die anderen Kinder mal auf, wenn es notwendig ist. Der hier, das Männchen, der Kaiserpinguine, ich weiß nicht, das kennen Sie vielleicht, sie legt ein Ei, schiebt es ihm unter und sagt Tschüss. Ist dann zwei Monate weg und er verliert in der Zwischenzeit die Hälfte seines Gewichts, weil er da bleiben muss. Dann kommt sie zurück und löst ihn dann zum Glück ab. Fällt noch jemand? Ja, der Rabe. Rabeneltern. Das stimmt gar nicht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Raben sind absolut treu und kümmern sich vorbildlich um ihren Nachwuchs. Sehr eigenartig. Keine Ahnung, wo das herkommt, dass man sagt Rabeneltern. Und wir, wie machen wir es? Wir leben in vielen Arten von Gemeinschaften zusammen. Mit oder ohne Trauschein. Kleinfamilie, Großfamilie, als Alleinerziehende in Regenbogenfamilien, Patchworkfamilien. Und es ist nun wichtig, wenn wir jetzt Trennung und Scheidung anschauen, dass es natürlich für jede dieser Konstellationen etwas anders aussieht. Jeder erlebt das etwas anders, je nachdem, wie auch die Lebensform war. Unsere Lebensformen sind inzwischen so vielfältig geworden, dass wir das natürlich beachten müssen. Wir sprechen ja von Trennung. Es ist eine spannende Frage. Wissen Sie, wie lange Kinder im Durchschnitt eigentlich zu Hause wohnen bleiben? Haben Sie da eine Idee, wie lang das ist? Das ist hochspannend. Das ist nämlich ziemlich lang. Wie Sie hier sehen, bleiben 46 Prozent in Europa der 18- bis 34-Jährigen Leben noch zu Hause, bei einem oder beiden Eltern. Bei den 25- bis 34-Jährigen sind es immerhin noch 25 Prozent. Was glauben Sie, wer bleibt am längsten zu Hause von den europäischen Ländern? Das vermuten Sie. Bitte? Die Italiener. Wir schauen. Es sind die Bulgaren, die Griechen. Bei den Bulgaren leben noch fast zwei Drittel der Männer in dem Alter zu Hause. Die Schweden, die hauen relativ früh ab, da sind es noch zwei bis drei Prozent. Über die Schweizer wissen wir es nicht. Es gibt keine Erhebung darüber. Das heißt aber, Elternschaft ist tatsächlich für viele nicht nur ein kurzer, sondern für manche ein sehr langer Prozess. Wenn deine Kinder noch 30 sind und zu Hause wohnen, hast du immer noch einiges zu tun. Das müssen wir auch berücksichtigen, wenn wir uns über Trennung und Scheidung unterhalten. Partnerschaft geht nicht ohne Konflikte ab. Ein verliebtes Paar zu sein, ist wunderbar. Kinder zusammen zu haben, ist wunderbar. Eltern zu sein, wunderbar. Aber zusammenleben im Alltag ist anstrengend und gar nicht so einfach. Sich zusammen um Kinder zu kümmern, ist gar nicht so einfach. Zusammen älter werden, ist gar nicht so einfach. Und Probleme zusammenzulösen, ist auch nicht so einfach. Entsprechend spricht man ja auch von anhaltender Beziehungsarbeit. Manchmal gelingt es gut und manchmal nicht so gut und manchmal kommt es zu Konflikten und Auseinandersetzungen, die länger dauern sind. Und wenn die nicht gelöst werden können, dann kommt es zur Trennung. Interessanterweise haben wir uns in unserer Kultur darauf geeinigt, dass Trennungen ein probates Mittel sind, um diese Konflikte zu lösen. Das ist noch hochspannend. Nehmen wir an, Ihr Kind kommt nach Hause und sagt, du sag mal, also der Georg hier, mein Schulnachbar, der geht mir seit Monaten so auf den Keks, könntest du dafür sorgen, dass der entsorgt wird, irgendwie eine andere Schulklasse? Dann sagt man, nein, da gehst du zum Lehrer, das klärst du, das ist in Ordnung. Wenn dein Geschwister blöd macht und du kannst es einfach nicht mehr aushalten und du gehst, würdest du zu deinen Eltern gehen und sagen, könntest du dafür sorgen, dass der eine andere Familie bekommt? Dann würdest du sagen, nee, Konflikte müssen wir lösen, da finden wir einen Weg. Spannenderweise haben wir uns aber geeinigt, Paarbeziehungen mit Kindern dürfen wir auflösen. Spannend. Inzwischen wird jede zweite Ehe in Europa geschieden. In der Schweiz sind es je nach Jahr dann 12.000 bis 17.000 Kinder, die die Scheidung ihrer Eltern erleben. Und ein Viertel davon ist relativ klein. Das heißt, die erleben dann ein getrenntes Aufwachsen als Normalzustand. Viele, die zu mir kommen, haben sich die Eltern auch schon in der Schwangerschaft getrennt. Das heißt, die Kinder kennen das gar nicht anders, da haben die Eltern nie zusammen miteinander gelebt. Ist Scheidung also für uns heutzutage etwas Normales? Und normal für die Kinder? Ich weiß nicht, ob Sie jemals das gesehen haben, das ist eine Grafik, die darstellen soll, wie sich die Scheidungszahlen in der Schweiz über die letzten 110 Jahre verändert haben. Scheidung war ganz früher etwas, was völlig unüblich war. Wir sehen so ab den 70er Jahren einen plötzlichen Anstieg der Scheidungsraten, die dann so Höhepunkte hatten. Und jetzt im Moment für das letzte Jahr so lagen, dass von 100 Paaren sich 41 wieder scheiden lassen. Wie kommt das? Warum dieser Anstieg? Können wir schlechter mit Konflikten umgehen? Der Hauptgrund liegt wohl darin, dass Scheidung nicht mehr so stigmatisierend ist für die Beteiligten. Und der zweite in ökonomischen Gründen. Es ist heute leichter zu überleben als Einzelperson. Früher war die finanzielle Abhängigkeit vom anderen viel größer. Und wir haben heute das Phänomen, dass sich viele alte Paare trennen. Ein Kollege von mir, der Anwalt ist, der hat erzählt, es war gerade ein Paar bei ihm, da war er 88 und sie 86. Und wollen sich jetzt nach 50 Jahren getrennte Wege gehen. Und wollten fragen, wie scheidet man dann? Das heißt, es hat auch eine Verlagerung gegeben, es trauen sich auch viel mehr Leute, sich zu trennen. Und dann hat es hier so ein spannender Einknick, sehen Sie das? Irgendwie im Jahr 2000 hatten offensichtlich die Leute das Gefühl, wir scheiden nicht. Da haben wir einfach eine Gesetzesreform gehabt. Und vorher haben noch ganz viele versucht zu scheiden und dann kam das neue Gesetz, alle waren unsicher und dann hat man die Scheidung ein Jahr verschoben. Das ist auch eine spannende Art, wie man mit so einem Problem umgehen kann. Also Scheidung doch vielleicht etwas Normales? Wenn wir nur die Zahlen anschauen, könnte man das denken. Jedes Kind kennt eigentlich andere Kinder, deren Eltern sich getrennt haben. In den Schulklassen ist es, in der Stadt üblich, auf dem Land inzwischen auch. Ist es dann normal für ein Kind? Ich glaube nicht so ganz, weil ein Kind erlebt ja in der Regel eine Scheidung seiner Eltern. Manche auch zwei, wenn sie wieder verheiratet sind und nochmal scheiden, aber in der Regel eine Trennung seiner leiblichen Eltern. Und dann bleibt es natürlich ein besonderes Phänomen, wenn die Eltern sich trennen. Trennung ist also für ein Kind schon etwas Besonderes, auch wenn es so häufig ist und man andere Kinder erkennt. Das macht das Ereignis für einen selber nicht weniger einschneidend. Wie kommen nun diese Eltern und Kinder klar? Es ist tatsächlich so, dass diese Trennungszeit und das, was dann passiert, für alle eine große Herausforderung ist. Es ist die Zeit der Anpassung und Neuorientierung. Ganz banal. Sie brauchen eine zweite Wohnung. Jemand, der auszieht, braucht eine Wohnung. Sie müssen sich überlegen, wie machen Sie das mit den Finanzen? Wer betreut wann die Kinder? Sie müssen so viel neu regeln. Freunde vielleicht aufteilen oder nicht aufteilen. Die versorgen, dass die Oma trotzdem noch Kontakt hat, obwohl sie weiter weg wohnt. Es gibt so viel zu regeln. Und in dieser Zeit wissen wir, zeigen eine Reihe von Kinderbelastungszeichen. Die meisten kriegen das hin, so ungefähr nach zwei Jahren. Das heißt, wir wissen inzwischen, dass es ungefähr zwei Jahre braucht, bei einer normalen laufenden Trennung, um sich wieder richtig in die Spur zu bringen. Das heißt, dass die Kinder wieder normal mit einer Situation umgehen können. Das heißt nicht, dass sie sich komplett damit arrangiert haben, aber man hat sich daran gewöhnt und es ist dann auch wieder Raum für Neuanfänge. Neuanfänge für jeden der einzelnen Ehepartner, der Ex-Ehepartner, aber auch für die Kinder. Den meisten Eltern gelingt es auch, das gut hinzukriegen. Wir werden das nachher noch sehen. Der größte Teil schafft es mit seinen Kindern, die Dinge so zu regeln, dass es funktioniert. Ein kleinerer Teil schafft es nicht. Und bei einem Teil dieser Kinder ist es so, dass sie auf dem Weg einen Elternteil teilweise oder komplett verlieren, das heißt gar keinen Kontakt mehr haben. Auch vielleicht zu Oma und Opa, andere Verwandten keinen Kontakt mehr haben, weil es nicht mehr geht. Und ein kleiner Teil der Kinder muss leider miterleben, wie es selber und seine Eltern zu sogenannten von den Fachleuten als Hochkonflikt-Trennungsfamilien bezeichneten Organisationen werden. Das heißt, die geraten in einen Strudel von Auseinandersetzungen, der so heftig und andauernd ist, dass es eigentlich für alle schädigend ist. Wir werden uns das nachher noch kurz ein bisschen anschauen. Die gute Botschaft also zuerst einmal, die meisten Eltern kriegen das hin. Die schlechte ein Teil kriegt es nicht hin und da haben die Kinder dann auch große Probleme. Sie erinnern sich an die Familie Heinzel? Wenn wir da jetzt die Kinder fragen, sagt man, was denkt ihr denn darüber, was hier los ist? Dann würden die Kinder Ihnen wahrscheinlich sagen, wissen Sie, ich hatte mit Mama und Papa haben wir so viel Schönes erlebt und wir haben beide sehr gern. Und diese Streitereien, das haben wir schon lange gemerkt und es ist auch wirklich schlimm, dass die jetzt auseinander sind, aber es wäre toll, sie wären zusammen, aber nur wenn sie nicht mehr so streiten, sonst ist es besser. Und wir wissen jetzt noch nicht genau, wie die Eltern das regeln und wir hoffen, dass es gut ist, wir wissen auch nicht genau, wo wir dann wohnen und ob wir in Urlaub fahren können und so, aber wir hoffen natürlich, dass die Eltern das klar kriegen. Und je mehr sie sich Zeit nehmen, mit den Kindern zu sprechen, je mehr werden sie auch erfahren darüber, wie sie das Ganze erlebt haben. Ob sie als Streitschlichter versucht haben aufzutreten oder sich zurückgezogen haben, wenn es Streit gab, wie schlimm oder schön sie das fanden, was für Fragen die haben. Wir werden sehen, dass sie sich Zeit nehmen und die Kinder einbinden in das Ganze. Ein sehr wichtiger Prozess ist, dass auch die Kinder das Gefühl haben, diese Situation gut meistern zu können. Ein ganz wichtiger Teil. Was brauchen jetzt diese Kinder eigentlich von ihren Eltern nach so einer Trennung? Was brauchen die? Es gibt drei ganz wesentliche Dinge, die ganz einfach aussehen und so schwierig sind. Die brauchen eigentlich Eltern, die sich auch nach einer Trennung noch verantwortlich fühlen für ihre Kinder und auch verantwortlich, und hier habe ich jetzt in Klammer gemeinsam gesetzt, eigentlich gemeinsam auch noch für ihre Kinder sorgen. Das brauchen die Kinder. Die Kinder brauchen auch, dass diese Menschen, die sich um sie gekümmert haben, vorher auch weiter bei ihnen sein dürfen. Also natürlich erst mal Mutter und Vater, klar, in irgendeiner Form von Kontakt, aber auch Großeltern, andere, die wichtig waren, dass da der Kontakt nicht einfach abbricht, sondern dass die Eltern dafür sorgen, dass auch in der neuen Form diese Beziehungen aufrechterhalten bleiben. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und dann brauchen natürlich die Kinder vor allen Dingen, dass ihre Eltern es hinbekommen, ihre Streitereien dann aufzuhören, nach der Scheidung und nach der Trennung. Also dass sie dann weniger streiten miteinander. Dass die Kinder erleben, man kann das dann hinkriegen, wenn man sich trennt. Es geht. Weil ein bisschen Hoffnung muss man den Kindern diesbezüglich ja schon geben, dass wenn man sich schon trennt, dass es wenigstens was nützt. Das heißt, dass sie die Konflikte auch miteinander besser regeln. Die Kinder brauchen aber auch Eltern, die sich unterhalten darüber, wie wollen wir denn die Regelung machen. Wann ist Alex und Anna wo, bei wem? Wie wollen wir das Handhaben mit der medizinischen Versorgung, vielleicht mit Impfen, die sind jetzt schon groß, aber mit anderen Dingen, mit der Freizeitgestaltung, mit den Schulbelangen. Wie wollen wir das machen? Die brauchen aber auch Eltern, die dem anderen genug vertrauen, dass wenn die Kinder bei ihm sind, dass er das schon richtig macht. Auch wenn er anders ist. Auch wenn er die Kinder später ins Bett gehen lässt, andere Sachen mit ihnen macht, dass es okay ist. Das brauchen Kinder, dass die Eltern dem anderen Elternteil vertrauen. Und er macht es schon okay, auch wenn ich nicht dabei bin. Und dass sie auch aushalten, dass die Kinder unterschiedliche Erfahrungen nun machen bei beiden Elternteilen. Und vielleicht neue Menschen ins Leben kommen. Vielleicht eine neue Partnerin, vielleicht bringt die oder ein Partner, bringt noch Kinder mit. Und dass die Eltern das aushalten, dass das Kind also neue Menschen kennenlernt, die dann auch wichtig werden. Die dann auch mit dem Kind spielen, ihm kochen. Und dass die Eltern sagen, es ist okay, dass du bei dem bist, das ist in Ordnung. Das brauchen die Kinder. Das ist ganz, ganz wichtig. Das klingt so einfach, aber Sie können sich vorstellen, je nachdem, es ist auch gar nicht so einfach auszuhalten, dass eine neue Person plötzlich da ist und das eigene Kind dann abends ins Bett bringt und ihm was vorliest, was ich doch eigentlich immer selber gemacht habe. Es ist nicht ganz so einfach. Diese Dinge können gelebt werden, wenn es klappt, in ganz unterschiedlichen Betreuungsmodellen und unterschiedlichen Betreuungsanteilen. Das heißt, es ist wichtig, dass diese Grunddinge funktionieren. Wie man es nachher umsetzt, da gibt es kein Patientrezept, werden wir sehen. Wichtig ist, dass diese Grundhaltung stimmt. Und der Gesetzgeber in der Schweiz hat versucht, dem Rechnung zu tragen und hat nun die gemeinsame elterliche Sorge als Regelfall eingeführt. Es war ja so, bis vor ein paar Jahren, wenn sich Eltern scheiden ließen, hat einer oder eine die alleinige elterliche Sorge, das heißt die Verantwortung, die gesetzliche Verantwortung bekommen. Und wenn der andere das auch wollte, musste man sich einig werden und gemeinsam einen Antrag stellen. Jetzt ist es andersrum. Jetzt bekommt man nach einer Scheidung automatisch eigentlich beide das gemeinsame Sorgerecht. Nur, wenn einer das nicht möchte, muss er einen Antrag stellen, dass der andere das nicht bekommt. Und so funktioniert es eigentlich in den meisten Ländern von Europa. Außer im Vatikanstaat, da können sie weder heiraten noch sich trennen. Auf den Philippinen können sie sich nicht scheiden lassen. Haben sie das gewusst? In Malta erst seit 2011. Der Papst ist 2010 noch hingefahren und war total stolz, weil die Malteser eine Scheidung als nicht durchführbar angesehen haben. Als er 2012 wieder kam, war er etwas enttäuscht. Dann hatten die Malteser mit 51 zu 49 abgestimmt, dass sie jetzt doch auch scheiden wollen. Es gibt noch ein südamerikanisches Land, in dem sie nicht scheiden können, und ein asiatisches. Und in allen anderen Ländern der Welt können sie Ehen unter verschiedenen Umständen auflösen. Und in der Schweiz haben wir nun das gemeinsame Sorgerecht als Regelfall, weil der Gesetzgeber davon ausgeht, es ist genau wichtig, dass sich die Eltern auch weiter eigentlich verantwortlich fühlen. Was für Lebensmodelle gibt es denn eigentlich für die Kinder und Eltern nach einer Trennung? Wissen Sie, wenn Sie dieses Bild sehen, heißt es, ein Kind muss nach einer Trennung sich ganz neu arrangieren. Ich glaube, dass sich viele Eltern das gar nicht so bewusst sind, dass sie selber in der Regel einen Haushalt behalten, die Kinder aber dann in der Regel zwei Haushalte haben. Das ist per se nicht schlimm. Sie können ja auch eine wunderbare Beziehung führen mit jemandem, wo Sie nicht zusammenleben mit zwei Haushalten. Aber Sie müssen dann immer auch Ihr Zeug an zwei Orten haben und bloß nichts vergessen und das organisieren. Dieser kleine Teil wird manchmal vergessen, dass das schon nicht so ganz so ohne ist, diese zwei Haushalte. Und Sie sehen hier jetzt, der Junge zeigt einem anderen Kind, wie sein Wochenplan aussieht. Und wie dieser Wochenplan aussieht, das müssen die Eltern miteinander ja klären. Weil wenn Sie die Scheidung wollen, müssen Sie dem Gericht eine Vorlage geben, in dem das Gericht sehen kann, wie Sie die Betreuung regeln, damit das Gericht sagen kann, das ist in Ordnung. Das heißt, Sie müssen sich fragen, okay, wie mache ich das? Und da muss jede Familie eigentlich für sich selber herausfinden, wie sie es macht. Sie kennen vielleicht diese Regelung, alle 14 Tage. Alle 14 Tage geht das Kind von dem einen Elternteil, der die Hauptbetreuung macht, zum anderen Elternteil, sozusagen auf Besuch und dann wieder zurück. Also so eine Aufteilung von zwölf Tagen und zwei Tagen. Das war sehr, sehr lange, auch in der Schweiz üblich, auch in Deutschland, in anderen Ländern. Eigentlich hat niemand gewusst, warum man das so macht. Irgendjemand hat mal damit angefangen und dann hat man das halt so gemacht. Es gibt irgendwie gar keinen Grund für so eine Art von Regelung. Und das Spannende ist, die meisten Eltern, die gut miteinander noch auskommen nach einer Trennung und Scheidung, verändern das dann auch einfach selber, egal was da drinsteht in der Scheidungsübereinkunft, weil es auch niemand interessiert, solange die Eltern und die Kinder damit besser umgehen. Die Eltern müssen sich also hier unsere Familie überlegen, okay, wie machen wir das? Was passt am besten zu uns? Was passt zu den Bedürfnissen der Kinder? Der Bub ist jetzt im Sportverein, der ist viel unterwegs, der hängt im Moment sehr am Papa, sie ist sehr an der Mama orientiert, wie machen wir das? Was sind die Möglichkeiten? Er sagt, du, ich habe ja bisher 90 Prozent gearbeitet, ich würde gerne mehr machen, ich rede dann mal vielleicht mit meinem Arbeitgeber auf 70, dann sagt sie, ja und das Geld? Da muss ich jetzt mehr schaffen, ich habe bis jetzt 50, ich weiß gar nicht, ob ich mehr Stellenprozente bekomme, wie mache ich das? Sie müssen sich also überlegen, wie kriegen wir das hin, nach unseren Möglichkeiten? Was wünschen wir alle eigentlich? Und dann muss ich mich auf ein Modell einigen und noch bereit sein, wenn sich Dinge ändern, das auch wieder zu verändern. Nehmen wir mal an, beide leben hier in Basel und sie bekommen ein total tolles Jobangebot dann in Zürich. Und dann müssen sie zusammen überlegen, ja, wie machen wir das jetzt? Ziehe ich jetzt nach Zürich? Kommen die Kinder mit? Kommen sie nicht mit? Wie machen wir es denn dann mit der Betreuung? Soll ich auf das Jobangebot verzichten? Ich hätte dann wenigstens mehr Geld und möchte weniger Unterhalt sein. Wie machen wir das? Das sind alles Fragen und diese Flexibilität ist so wichtig, dass man über die Zeit auch bereit ist, noch Dinge zu verändern. Es geht also um die Passung, was passt zu dieser Familie? Und da können sich die Eltern zum Beispiel fragen, wer hat was vor der Trennung eigentlich gemacht und wer will es nachher machen? Ihr kennt es mit diesen neuen Vätern in den Zeitschriften? Nein? Überall steht, es gibt jetzt die neuen Väter, die sich um alles kümmern. Ganz spannend. Die Realität ist, dass 85 Prozent der Kinder in gemeinsam lebenden Haushalten und auch danach von den Müttern betreut werden, nach wie vor. Aber was sich verändert hat, ist im Kopf der Männer, sie sind eher bereit, wenn es mal losgeht. Das heißt, viele Männer haben inzwischen die Idee, dass es gut wäre und ein kleiner Teil setzt es auch wirklich um. Die machen dann wirklich sehr viel und auch gleichberechtigt sehr viel, aber wir haben noch nicht diesen Punkt erreicht. Das seht ihr auch daran, dass unsere Arbeitswelt noch gar nicht richtig darauf vorbereitet ist, Frauen und Männer gleichberechtigt zu bezahlen und so weiter, Möglichkeiten zu schaffen und solange wir das nicht hinkriegen, werden Männer und Frauen nie gleichberechtigt in der Kindererziehung funktionieren können. Wir sind da unser eigenes Problem. Dann kann man sich fragen, wer möchte in Zukunft was machen? Was muten wir auch dem Kind zu an wechseln bei der Betreuung, wie wollen wir das regeln? Es gibt verschiedene Arte von Modellen, die ich Ihnen vorstellen will. Wir können unterscheiden zwischen sogenannten asymmetrischen Betreuungsmodellen und symmetrischen. Asymmetrisch heißt einfach, ein Elternteil ist hauptsächlich zuständig. Das sind Alleinerziehende, wo der andere Elternteil kaum oder gar nicht mehr da ist. Die meisten Kinder leben in der Schweiz das sogenannte Residenzmodell. Das heißt, sie haben einen Lebensmittelpunkt und von dem aus haben sie Kontakt zum anderen Elternteil. Das sind circa 80 Prozent der Kinder in der Schweiz leben so, nach einer Trennung. Dann gibt es das zweite Art von Modell, das sogenannte Wechselmodell und das Nestmodell. Und das Wechselmodell möchte ich Ihnen nachher ausführlicher zeigen. Das Nestmodell ist etwas ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob Sie überhaupt jemanden kennen, der das lebt. Das Nestmodell geht so. Die Kinder leben in einer Wohnung. Papa hat eine Wohnung und Mama hat eine Wohnung. Eins, zwei, drei Wohnungen. Die Kinder sind da, der Papa zieht eine Woche ein, kümmert sich um alles, ist weg. Mama zieht eine Woche ein, kümmert sich um alles, ist wieder in ihrer Wohnung. Und so geht es hin und her. Ich kenne eine Familie, die hat es jeden Tag so gemacht. Da kam tagsüber die Mama und abends der Papa. Sie brauchen drei Wohnungen. Und dann frage ich mich, für was haben Sie sich getrennt? Weil das muss saugut klappen. Nehmen wir mal an, einer ist jemand, der es immer gern schön hat aufgeräumt und der andere ist so ein kleiner Chaot. Dann kann der eine, der eine Woche kommt, wieder den, ja. Da, wo ich es kennengelernt habe, da haben mir Kinder gesagt, können Sie bitte dafür sorgen, dass einer bitte auszieht? Das ist auf die Dauer zu anstrengend. Also das Nestmodell wird ganz wenig gelebt. Viel häufiger haben wir das Wechselmodell. Und Wechselmodell heißt einfach, dass beide Eltern noch ein Zuhause für die Kinder geben, wo auch Alltag und Freizeit kombiniert werden. Weil wenn du nur Wochenende hast, bringst du das Kind in der Regel ja nicht in die Schule oder in den Kindergarten, sondern da ist Alltag und Freizeit. Und dieser Alltag und Freizeit so verteilt, dass man nicht 50-50, es gibt oft das Missverständnis, das Wechselmodell heißt beide 50-50, sondern man spricht ab 35-65. Also, wenn Sie jetzt 14 Tage nehmen, dann gilt schon ab, ja, 8 und 6 Tage gilt schon als Wechselmodell, wenn Sie es zusammenzählen. Und dieses Wechselmodell ist etwas, was in manchen Ländern schon gang und geben ist, bei den Schweden. Und ganz viele Eltern, die so leben. Hier in der Schweiz sind es ungefähr 10, 12, 15%. Wir wissen ganz genau, weil unsere neuesten Zahlen dafür nicht so viel hergeben. Und wie kann man wechseln? Sie können jeden Tag wechseln. Sie können zweimal in der Woche wechseln, einmal in der Woche, einmal im Monat oder einmal im Jahr. Einmal im Jahr hört sich jetzt komisch an, gell? Es gibt das. Und zwar, ich habe das erlebt mit Eltern, die auf zwei Kontinente gezogen sind. Da ist das Kind ein Jahr bei dem gewesen in die Schule gegangen und nachher ein Jahr beim anderen. Muss man wollen. Als Kind und als Eltern. Das, was am häufigsten praktiziert wird, ist eigentlich der Wechsel Woche für Woche. Das heißt, die Kinder sind eine Woche bei dem Elternteil, der ist dann für alles zuständig und dann eine Woche beim anderen. Oder in der Hälfte der Woche geteilt. Aber heißt auch, wenn Sie das Kind eine Woche haben oder die Kinder, wie machen Sie das mit dem Beruf? Sie können ja nicht eine Woche nicht schaffen gehen. Das heißt, häufig greifen auch diese Eltern dann auf Drittbetreuungen zurück, damit es funktioniert. Und das ist ja völlig legitim. Das ist ja ein Tagesheim oder Tagesmutter und so weiter. Und dieses Modell setzt aber einiges voraus. Nämlich die Eltern müssen das beruflich und finanziell hinkriegen. Das heißt, dass die Familie hat sowieso nach einer Trennung weniger Geld insgesamt, weil du zwei Haushalte zu versorgen hast. Das musst du schaffen. Du musst die Möglichkeiten haben, die Kinder zu betreuen und dann musst du auch innerlich bereit sein, dass der anderen Elternteil wichtig ist und einen wichtigen Beitrag leistet für die Kinder. Du musst dich abstimmen, sonst gibt es ein furchtbares Durcheinander mit dem, wie die Kinder in die Schule, Hausaufgaben, Kindergarten bringen. Und dann sagt der eine, es wird ein Schulfest organisiert, ein Schullager, wer ist jetzt zuständig? Wenn der Brief in der Woche kommt, wo du bei ihm bist, ist dann du zuständig oder sprichst dich ab. Das heißt, du musst auch miteinander reden. Du musst auch bereit sein, gewisse Einschränkungen in deinem Leben einzunehmen, weil du hast eine Woche die Kinder und das ist dein Leben ganz anders wie eine Woche ohne Kinder. Das heißt, du musst dich dann auch wirklich anpassen. Du musst bereit sein. Und wenn das Eltern gut hinkriegen, ist das total toll. Ist das wirklich für alle toll? Spannend. Wir haben oft Geschwister bei uns und was wir jetzt wissen, ist Folgendes. Es gibt Kinder, die das total klasse finden. Die sagen, Wechsel ist toll, Mama und Papa sind so verschieden, da habe ich riesen Spaß, das ist gut. Und das andere Geschwister sagt, das ist mir zu anstrengend. Ich will nicht wechseln. Das heißt, ich habe immer wieder Familien, wo ein Kind ein Residenzmodell möchte, das heißt bei einem Elternteil den anderen schon sehen, aber nicht dauernd wechseln und das andere Kind gerne wechselt. Und dann wissen wir, dass es offensichtlich für allen für Kinder gut ist, sobald die jugendlich werden, wollen viele nur noch einen Mittelpunkt. Und zwar nicht, weil sie den anderen Elternteil nicht mehr gut finden, sondern weil sie andere Pläne haben. Die wollen ihre Freunde anders organisieren, die wollen von dort aus besser erreichbar sein, die wollen einfach ein anderes Leben führen und dann wollen sie einen Mittelpunkt. Das heißt, wenn man das Wechselmodell lebt, muss man als Elternteil auch damit rechnen, dass sich das auch wieder ändert, dass die Kinder sagen, es ist mir zu viel. Es gibt auch Kinder, die zum Beispiel wechseln wollen. Wir haben immer wieder Kinder, die als Jugendliche dann sagen, jetzt will ich mal zwei Jahre bei Mama oder Papa wohnen. Ich will es mal ausprobieren, oder es wäre gerecht. Das heißt, Flexibilität ist so wichtig, dass man weiß, die Kinder entwickeln sich und dann ändern sich auch ihre Bedürfnisse. Was passiert, wenn es doch schief geht? 90 Prozent bekommt es hin, ein kleiner Teil nicht. Manche planen das schon im Voraus, wie diese Dame, die für sich klar gesagt hat, wenn es schief geht, mein Bruder ist ein Scheidungsanwalt und mein Vater ein Waffenhändler, dann regele ich das schon. Bei einer Scheidungsrate von 50 Prozent gar nicht so unüberlegt. Wann waren Sie das letzte Mal bei einer Hochzeit eingeladen? Wir haben eine Scheidungsquote von 50 Prozent. Wir gehen zu einer Hochzeit, lassen die hochleben, wünschen Ihnen alles Gute, geben einen Haufen Geschenke, die sacken die ein, ziehen ab und irgendwann trennen sie sich. Haben die Geschenke schon mal zurückbekommen? Und man kann sich besonders beliebt machen, wenn man dem Brautpaar gratuliert und sagt, schauen wir mal, jeder Zweite schafft es nicht. Wir denken immer, wir sind so risikobereit mit unseren Aktien oder die Leute, die Aktien haben. Wirklich Risikobereitschaft ist eine Ehe einzugehen. Aber es rentiert sich offensichtlich, sonst würden es nicht so viele machen. Wissen Sie, die Trennung ist für die Kinder schon der entscheidende Punkt im Leben als Veränderung. Aber was die Kinder wirklich, wenn es schief geht, beeinträchtigt, sind die Streitereien der Eltern. Das ist das Einzige, was wir nach 50 Jahren psychologischer Forschung jetzt wirklich eindeutig sagen können. Schwere chronische Auseinandersetzungen zwischen den Eltern schädigt Kinder. Und zwar langfristig. Das ist das, was wir sagen können. Das heißt, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, nicht die Trennung. Weil wenn es Eltern gut hinkriegen, ist es für die Kinder nicht so schlimm. Aber die anhaltenden schweren Konflikte. Und streiten kannst du dich über alles Mögliche, sehr lang. Ich habe Scheidungsverfahren, wo ich Leute habe, die versuchen seit 10 Jahren zu scheiden. Da sehe ich die Kinder groß werden. Wissen Sie, was das kostet? Wenn Sie so lange prozessieren, kann eine Scheidung 150.000, 200.000 Franken kosten. Und viele Eltern können das nicht zahlen. Und wissen Sie, wer das dann bezahlt? Wir. Die streiten dann im sogenannten Kostenerlass. Das heißt, ihr Anwalt und das Gericht wird von uns über die Steuern bezahlt. Und die können dann 10 Jahre streiten. Das hat schon seinen Sinn von Rechts wegen, dass du dir einen Anwalt nehmen kannst, auch wenn du kein Geld hast, um dich zu wehren. Das ist absolut richtig. Nur manchmal ist es schon verrückt, über was dann gestritten wird 10 Jahre lang. Und wer bezahlt das? Ist schon etwas, wo man sehen muss, was da passiert. Wenn wir die ganzen Kinder, wo sich die Eltern trennen, mal als Kreis darstellen, dann ist es klar, dass es bei allen irgendwann im Rahmen der Trennung einen Stress und Streit gibt. Bei einem kleineren Teil wird es chronisch, bei einem noch kleineren immer wieder ganz heftig. Und dann haben wir die kleine Gruppe. Und das ist auch die, von denen Sie immer wieder in der Zeitung mal lesen, wo irgendetwas ganz, wo passiert. Wie jetzt mit den Kindern, wo Sie wahrscheinlich mitbekommen haben, wo das eine Kind jetzt mit der Mutter nach Kanada gegangen ist. Das ist eine kleine Gruppe, die so hochstrittig ist. Und spannenderweise haben wir das in allen westlichen Ländern. Diese Gruppe gibt es überall, egal wie das Rechtssystem ist. Es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die leider aus verschiedenen Gründen in so einen Strudel geraten, wo sie nicht mehr rauskommen. Und wo dann so destruktiv wird und am Schluss eigentlich alle ruiniert sind. Emotional ruiniert, weil sie das fertig macht. Wissen Sie, das ist nicht lustig, so lange auch mit dem Partner oder Partner in den Zoo zu streiten. Jeder Brief, den Sie im Briefkasten haben vom Anwalt, der tut Ihnen irgendwann im Bauch weh. Wissen Sie, das ist, man muss schon sehen, diese Menschen sind nach so langen Streitereien, denen geht es wirklich auch schlecht. Und trotzdem können sie nicht aufhören. Sie schaffen irgendwie den Weg nicht raus. Und wenn die Kinder dann 18 sind, dann verabschiedet sich halt der Staat da draus. Alle Behörden sind weg. Aber ob der Streit dann aufhört? Ich habe Kinder, die sind jetzt Mitte 20, die immer noch mal vorbeikommen, wo das nie aufhört. Dann geht es dann darum, ob die Eltern dann zur Taufe vom neuen Kind kommen und wie man das managen soll, weil die ja nicht miteinander reden. Das heißt, wir haben diese kleine Gruppe und diese kleine Gruppe, die schafft es leider nicht. Und die streiten über alles Mögliche, Geld, Umgang. Aber wissen Sie, um was es da eigentlich oft geht? Da geht es darum, Angst, das Kind zu verlieren. Oder man ist einfach zu arg gekränkt, was der andere einem angetan hat. Man fühlt sich verlassen und schafft es einfach nicht daraus, einen Neuanfang zu machen. Und dann unterstellt man dem anderen alles Mögliche, dass er nicht gut mit dem Kind umgeht und so. Weil man ihm einfach nicht mehr vertraut. Man vertraut ihm nicht mehr. Weil man zu viel erlebt hat. Manchmal ist man auch so wütend und wird sich am liebsten rächen. Und das ist eigentlich das Benzin, was das Ganze antreibt. Und nach außen geht es dann um Geld, es geht um Betreuung und Erziehungsverfahren. Aber in Wirklichkeit geht es häufig um diese emotionalen Wunden, die halt entstanden sind in der Beziehung. Und die so schwer heilen offensichtlich bei diesen Menschen, bei dieser Gruppe. Die dann auch sehr schlecht und schwer frei werden für neue Partner. Um wirklich nochmal eine neue Beziehung anzuhalten. Das ist sehr schwer für die, weil das belastet natürlich auch die neue Partnerschaft, weil das immer wieder Thema ist. Und oft sind es ganz, ganz normale Leute, die total nett sind, wenn sie mit ihrem neuen Partner bei uns vorbeikommen. Die sind nur so im Zeug drin, wenn sie über ihre alte Partnerschaft reden. Und dort verlieren sie dann die Kontenanz. Wie ist es denn für die Kinder? Wenn wir jetzt so Sachen anschauen. Es gibt tatsächlich auch bei Trennungen für die Kinder Gewinner. Gewinner sind alle die Kinder, wo die Eltern nach einer Trennung weniger streiten. Wo sich vielleicht ein Elternteil plötzlich mehr kümmert, weil er sagt, Mensch, ich habe mich bisher nicht so viel gekümmert, ich möchte nicht mehr kümmern. Und plötzlich sein, häufig Väter, sein Vater sein neu entdeckt und sich mehr Zeit nimmt. Und die Kinder plötzlich sagen, hey toll, der hat sich noch nie so gekümmert, super. Das ist wirklich gut. Gewinner sind auch Kinder, die mitreden dürfen bei den Entscheidungen, altersmäßig. Also nicht die Zweijährigen. Die können nicht so mitreden. Aber je älter sie werden, können Kinder mitreden. Und wenn das passiert, sind es Gewinner. Und Gewinner sind auch die Kinder, deren Eltern nach einer Trennung, denen es besser geht, die aufatmen, die wieder mehr innere Freiräume für die Kinder haben. Weil der Stress nachlässt durch die Streitereien. Das sind auch Gewinner, die Kinder. Weil die Eltern wieder da sind. Verlierer sind die Kinder, die plötzlich weniger Zeit haben mit einem Elternteil und das sehr vermissen. Oder deren Eltern nachher erst anfangen zu streiten, zum Beispiel um Geld. Oder die nicht einbezogen werden. Und die doppelten Verlierer, das ist eine kleine Gruppe von Kindern, denen geht es wirklich schlecht. Da streiten die Eltern vorher massiv, in der Trennung massiv und machen nachher einfach weiter. Die werden nicht einbezogen in die Entscheide, sondern werden benutzt. Die müssen dann ausspionieren. Die müssen dann erzählen, was bei einem anderen mit der Partnerschaft ist. Die werden einbezogen in die Konflikte und das sind die Kinder, die wirklich leiden. Und das sind auch die Kinder, denen es langfristig dann nicht gut geht. Ich hatte gerade eben ein kleines Mädchen bei mir, die war neun. Und dann habe ich sie gefragt, na, willst du mal bei dir später, willst du mal Kinder? Ich sagte, nö, Kinder sind zu anstrengend. Und heiraten? Heiraten? Dann sage ich, warum nicht? Da musst du immer aufpassen, dass einem der Mann nicht davonläuft. Die Kinder machen sich ihre eigenen Gedanken und viele Kinder haben so Zeiten, wo sie für sich eigentlich entscheiden, nicht zu heiraten. Das ändert sich dann nachher zum Glück ja wieder, dass sie Partnerschaften eingehen wollen. Aber das beeindruckt die Kinder natürlich schon sehr. Und diese Eltern, aber auch alle anderen, sollten sich und können sich eigentlich Hilfe holen, wenn sie sich entscheiden zu trennen. Sie können zum Beispiel sich überlegen, zusammen mit jemandem anzuschauen, wie informiere ich die Kinder gut? Also manchmal kommen Eltern und fragen, wir wollen uns trennen, aber wie erzählen wir es den Kindern auf eine gute Art? Wie planen wir das denn jetzt gut, dass es für die Kinder nicht so schwierig wird? Wie regeln wir das? Und es gibt ja zum Glück viele Betreuungsangebote in der Stadt, wo man sich hinwenden kann, wenn man, Sie müssen entschuldigen, ich habe, wenn jetzt irgendjemand von einer Institution hier ist, der nicht drauf ist, der steht dann für die Pünktchen. Weil es gibt so viele Beratungsmöglichkeiten in der Stadt, wo man auch, wenn es einem mit der Trennung eigentlich am Anfang ganz gut geht, hingehen kann, sich beraten lassen. Wie machen wir das? Wenn es den Kindern schlecht geht, dann ist es ganz gut, vielleicht auch bei einem Therapeut vorbeizuschauen und zu schauen, kann ich da was vielleicht an Hilfe bekommen? Und wenn es wirklich schief geht? Wenn es wirklich schief geht, wenn die Eltern sich gar nicht einigen können, dann passiert eigentlich was ganz Schreckliches. Dann entscheiden andere Menschen über das, wie sie leben sollen. Dann entscheidet das Gericht oder die Kindes- und Erwachsensschutzbehörde darüber, wie sie die Kinder betreuen, wie oft sie die Kinder sehen, wie viel Geld sie zahlen. Das heißt, Menschen, die mit ihrem Leben überhaupt nichts zu tun haben, überhaupt nichts, die nie bei ihnen zu Hause gewohnt haben, entscheiden dann über ihr Leben. Und das ist dann notwendig, wenn die Eltern das einfach nicht schaffen, aber eigentlich schlimm für die Eltern, weil die werden entmündigt, weil sie es nicht zusammen hinkriegen. Das ist eigentlich sehr traurig. Und für die Eltern auch schwer auszuhalten, weil da natürlich auch Entscheide getroffen werden, die ihnen nicht entsprechen, weil es vorher einfach nicht geklappt hat. Manchmal wissen die Richter oder Richterinnen auch nicht, dann geben sie Gutachten in Auftrag, das ist aber nur ein ganz kleiner Teil, die meisten Richter entscheiden selbst. Ich möchte Ihnen zum Abschluss etwas zeigen, was die emotionale Brücke heißt. Viele Eltern, die kommen zu mir, die erzählen, ja wissen Sie, es ist so schwierig, mein Kind hat oft Mühe zu gehen, an den Wochenenden oder unter Tag, und es kommt auch immer nicht so gut zurück. Und ich weiß einfach nicht, was da los ist. Und ich habe mir gedacht, wie ist das eigentlich für Kinder, wenn die von einem Elternteil zum anderen hin und her wechseln. Und ich möchte Ihnen das an einem Bild verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, Eltern trennen sich und ziehen auf zwei Berge. Zwei Berge, die gegenüberliegen in Sichtweite. Dazwischen ist eine große Schlucht. Und die Kinder müssen nun also von einem Elternteil, wenn sie zum anderen wollen, zum anderen rüber. Jetzt haben die Eltern eine Hängebrücke gebaut, zwischen diesen zwei Bergen, wo die Eltern, die Kinder rüberlaufen können. Und diese Hängebrücke, diese emotionale Brücke, ist ihre Beziehung, die sie noch haben. Die Kinder laufen also noch über die Beziehung rüber zum anderen Elternteil. Stellen Sie sich also vor, es ist Zeit, dass das einigtes Kind rübergeht und dann zum Papa geht. Und dann sagt die Mama, schau mal, jetzt ist Zeit, da drüben steht der Papa, der winkt schon. Schau mal, und du kannst jetzt rübergehen, hast eine gute Zeit, hier hast du deinen Rucksack, und jetzt geht es los über die Brücke. Das Kind ist ein bisschen aufgeregt, sind Sie schon mal über eine Hängebrücke rüber? Ja, ist schon aufregend. Wenn man es schafft, ist es dann toll, dann ist man total stolz. Und die Mama sagt, du schaffst das, das geht gut. Das Kind geht so ein paar Schritte rüber, dreht sich um, Mama winkt, du schaffst das. Papa sagt, komm, ist gut. Das Kind geht rüber, Papa empfängt es, Freude, schön, dass du das geschafft hast. Sie haben eine gute Zeit, dann ist Zeit wieder zum Rübergehen. Papa sagt, jetzt geht es wieder rüber. So, Mama, die freut sich, sagst ihr einen Gruß, du schaffst das. Das Kind ist ein bisschen aufgeregt, wieder über die Brücke, so ein kleines bisschen Höhenangst schon. Geht rüber. Mama steht drüben. Komm, empfängt es. Fragt, na, wie war es beim Papa? Sagt, cool, kann ich dir zeigen, was wir gemacht haben. So. Sind Sie schon mal über eine Hängebrücke, wenn es windet? Wissen Sie, was dann mit einer Hängebrücke passiert? Die macht so. Wind ist in diesem Bild Ärger zwischen den Eltern. Wenn die Eltern also anfangen, Ärger miteinander zu haben, fängt diese Brücke, diese Verbindung an, zu schwanken. Und dann sieht die Situation so aus. Das Kind steht da und die Mama sagt, es ist Zeit, rüber zu gehen. Das Kind steht an der Brücke, das Ding schwankt. Okay, bin schon oft rüber, ich schaffe das. Mama sagt, komm. Geht's? Papa drüben wegen, komm rüber, ist alles gut. Komm, jetzt lauf. Das Kind versucht rüber zu gehen, schafft es, ist drüber aber total angestrengt. Ich meine, hey, das war eine Anstrengung. Papa beruhigt, das hast du gut gemacht, hast du es geschafft, die haben jetzt eine gute Zeit, die haben eine schöne Zeit. Und dann sage ich, jetzt ist wieder Zeit zum rübergehen. Das Ding schwankt. Muss ich? Ja, klar, die Mama wartet. Das Ding schwankt so. Geh doch du rüber. Nee, ich habe mich getrennt. Geht's Kind rüber, kommt drüben an, angestrengt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, es regnet auch noch. Und das Ding schwankt wirklich noch ärgerlich. Es gibt Blitz und Donner, das heißt, es gibt wirklich Stress zwischen den Eltern. Vielleicht sogar so, dass die Eltern die Brücke gar nicht mehr pflegen, es gibt erste Brüche in der Brücke. Dann kann es sein, das Kind steht da und sagt, ich gehe da nicht drüber. Seid ihr lebensmüde? Ich bleibe jetzt hier. Und in diesem Bild bedeutet es einfach, dass wenn die Eltern nicht zur Verfügung stellen, eine Bereitschaft, dass ein Kind wechseln kann, es oft auch klar ist, dass das die Kinder belastet. Weil diese Übergänge dann anstrengend werden. Es sind dann die Übergänge, die wirklich für viele Kinder dann, wenn es viel Streit gibt, unabhängig davon, ob es ein Elternteil gut macht oder nicht gut macht, einfach anstrengend ist. Bleiben wir kurz in dieser Geschichte. Und es gibt also diesen Wind und den Streit. Und vorher hat das Kind immer, wenn es zum anderen Elternteil geht, einen Fotoapparat dabei. Wenn Sie in Urlaub fahren, haben Sie ein Foto dabei, machen Bilder vom Meer, von den Bergen und zeigen das zu Hause. Das Kind auch. Das Kind war beim Papa, kommt zurück zur Mama und sagt, guck mal Mama, mein Fotoalbum, was ich alles beim Papa gemacht habe. Hier haben wir zusammen gebacken, da hat er mir bei Mathe geholfen. Und da war es so und die Mama, wenn alles gut ist, sagt, oh toll, das kann der Papa natürlich klasse. Da, das hast du gut gemacht, ach schön. Und umgekehrt zeigt es beim Papa die Bilder von der Mama. Jetzt stellen Sie sich aber vor, Sie sind auf den anderen nicht mehr so gut zu sprechen. Dann zeigt das Bild auch, das Kind auch sein Fotoalbum und sagt, schau mal, da tue ich ganz toll mit dem Papa backen. Und schau mal, da ist seine neue Freundin. Oh, wer ist das? Die neue Freundin. Aha, zeig mal genauer, wie ist denn die? Habe ich vergessen. Wenn ich nächstes Mal wieder komme, kann ich anfangen, als Kind Bilder auszusortieren. Das von der Freundin nehme ich raus, das vom Backen nehme ich raus. Guck mal Mama, was wir gemacht haben. Hausaufgaben noch gemacht und da und das. Aha, und wo ist die Freundin? Du, die, das weiß ich jetzt nicht. Du, ich finde es ganz gut, wenn du da mal ein paar Bilder machst für mich. Geh ich rüber, mach ein paar Bilder, zeig das. Und wenn das nicht aufhört, haben die Kinder nachher zwei Fotoalben. Eins für die Mama und eins für den Papa. Und dann bekommen die Eltern immer weniger mit, was wirklich ist. Und die Kinder machen doppelte Buchführung. Weil was sollen sie auch anders machen? Was sollen sie auch anders machen? Weil das ist dann die beste Taktik, um damit klar zu kommen. Und mit diesem Bild können Sie vielleicht manche von den Dingen, dann eher verstehen, warum das, dieser Übergang für die Kinder manchmal stressig. Und warum das toll ist, wenn Eltern das schaffen, diese Brücke so zu pflegen, dass die Kinder froh und mutes rübergehen und gestärkt zurückkommen. Und wissen Sie, man weiß nie, was die Kinder genau denken. So wie er hier. Mutti und Vati lassen sich vielleicht scheiden. Sie streiten schon darum, wer das Haus verlässt. Ich will das aber nicht. Ich will nicht, dass Vati geht. Ich will auch nicht, dass Mutti geht. Ich will, dass beide gehen. Wir wissen nie genau, was die Kinder über die Situation denken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.